Zusammen mit der Familie auf Armland Urlaub machen. Mitten in Ness, sehr ruhig und in unmittelbarer Nähe vom Erholungsgebiet de Vleien gelegen, befindet sich das luxuriöse Appartement Olifier. In diesem neuen Vier-Personen-Ferienappartement können Sie herrlich zur Ruhe kommen. Das geräumige Wohnzimmer, die komplette Küche mit allem Luxus, hat zwei geräumige Schlafzimmer mit herrlichen Boxspringbetten. Das Badezimmer strahlt ein echtes Wellnessgefühl aus. Mit einem großen Whirlpool, Regenschauerdusche und Dampfkabine. Olifier hat einen eigenen Eingang mit einer privaten Terrasse an der Südkirche. und Westseite. Die Kinder können prima auf dem Spielplatz neben dem Appartement spielen. Genießen romantische Momente und Luxus. Ferienappartement Olifier.